Awe, liebe Gemeinde, und herzlich willkommen zu Antonius und Kleopatra von William Shakespeare. Im Grunde geht es in dieser Tragödie darum, dass weibliche Verführungskunst, männliche Testosteronsteuerung sowie geschlechterübergreifende Craziness schlechte politische Ratgeber sind. Ach ja, und es handelt sich um die Sequel zu Julius Cäsar, deswegen kennen wir die wichtigsten Kontrahenten schon, nämlich Markus Antonius, den alten Kumpel und Weggefährten von JC, der nach dessen Ermordung diese großartige Rede auf dem Forum gehalten und dann zusammen mit Cäsars Adoptivsohn Octavius Cäsar, genannt Octavian, und einem dritten Typen namens Lepidus, der nicht so wichtig ist, das zweite Triumvirat gebildet hat. Triumvirat heißt, dass diese Tresviri, drei Männer, das römische Reich in drei Machtbereiche aufgeteilt haben, wobei Markus Antonius im östlichen Teil, das ist sein Teil, die schöne Kleopatra, Königin von Ägypten, antrifft. Immer bei Antonius dabei ist sein untergebener Kumpel Enobarbus, ein Soldat, der nie ein Blatt vor den Mund nimmt, dann erwähnen wir noch den Rebellen Sextus Pompeius, den Sohn von Pompeius dem Großen, den Cäsar damals im römischen Bürgerkrieg gekillt hatte und der wittert gerade Morgenluft. Das heißt, er guckt sich mal um, ob er jetzt nicht mal zur Abwechslung der mächtigste Mann des Imperiums werden könnte. Die meisten anderen müssen wir leider aus Zeitgründen weglassen, es ist eine Schande. Das Stück fasst den historischen Zeitraum zwischen 40 und 30 vor Christus zusammen und wird von Onkel Willi irgendwann zwischen 1605 und 1608 geschrieben, genauer weiß es leider keiner. Los geht's in Kleos Palast in Alexandria, wo Antonius sich im Liebeswahnsinn nur noch um sie kümmert, obwohl er eine Ehefrau in Rom hat und Kleo so, wie sehr liebst du mich? Wahre Liebe lässt sich gar nicht messen, da kommen Boten aus Rom, traritrara und er so, jetzt nicht. Sie gehen ihre Liebe ein bisschen ausmessen, die Diener von Kleopatra beschäftigen sich mit einem Wahrsager, stehen die Ägypter total drauf. Dann allerdings kommt Antonius doch lieber nochmal zurück und hört sich an, was die Boten zu sagen haben, Politik, langweilig und was hast du noch? Deine Frau Fulvia, die hat erst gegen den Oktavian gekämpft und dann ist sie jetzt leider tot und er so, was? Oh, dann muss ich jetzt zurück nach Rom. Das kriegt der Inno Barbus mit und sagt, sag mal, spinnst du? Freu dich doch, dass sie tot ist und hab einfach Spaß mit Kleo. Nein, aus politischen Gründen, das hast du vorher nicht mitgekriegt, Pompejus hat uns mit einer Riesenflotte herausgefordert. Kleo kommt, weil sie ja alleine war und sagt, boah, ich bin jetzt eingeschnappt und er ganz ernst, du, ich muss zurück nach Rom. Wegen dem Pompejus. Du liebst mich nicht mehr. Doch, und die Fulvia ist übrigens tot. Gut, was? Ja, kannst du dann wenigstens mal um sie weinen und so tun, als ob es um mich wäre? Hey, wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir, denn dein ist mein ganzes Herz. Und so, Moment, ich muss ganz kurz brechen. Es ist großes Kino, wenn die beiden zusammen sind, aber sie sind nicht ganz aufrichtig. In Rom lernen wir jetzt die anderen beiden Drittel des Triumvirats kennen, die sehr sauer auf Antonius sind, zumindest er hier Oktavian. Boah, der Antonius macht die ganze Zeit Party in Hurgada. Ich meine, Alexandria, und hier brennt die Hütte. Und der Lepidus verteidigt ihn so. Ach komm, das ist doch ein ganz toller, so schlimm kann es doch nicht sein. Aber, tra-ri-tra-ra, es kommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen und Oktavian so. Wo bist du, Antonius? Wir müssen in den Krieg. Er hat sich ja schon auf den Weg gemacht und Kleo langweilt sich schon in seiner Abwesenheit. So, jetzt hat er mir wieder eine Perle geschickt. Na toll, aber ich vermisse ihn so. Den Cäsar habe ich nie so geliebt. Da war ich noch ein junges, dummes Gemüse. Sie war ja mal mit Julius Cäsar zusammen und hat mit ihm sogar ein gemeinsames Kind. Und Cäsarion. Und der Pompejus so, so, das Meer gehört mir, ich mach dir alle fertig. Aber Cäsar und Lepidus ziehen jetzt gegen dich in den Krieg. Fake News. Und Markus Antonius kommt jetzt nach Rom. Na super, dann sind sie jetzt wohl nicht mehr zerstritten, weil sie einen gemeinsamen Feind haben, nämlich mich. So ist es, denn jetzt wird generalstabsmäßig die Versöhnung zwischen Markus Antonius und Octavian inszeniert. Aber, aber. Er ist noch ein bisschen frostig und dann sagt er, was geht denn dich das an, was ich in Ägypten mache? Du, mich geht's was an, wenn ich angegriffen werde, zum Beispiel von deiner toten Frau. Boah, die wollte doch nur mich provozieren, damit ich wieder nach Hause komme. Das war gegen mich gerichtet. Ja, aber du hast mir keine Truppen zur Hilfe geschickt. Und sie kebbeln sich noch so ein bisschen, dann kommt ein Typ namens Agrippa und sagt, Jungs, ich hab doch mal was vorbereitet. Wie wär's mit einer Versöhnung durch Heirat? Der Markus Antonius ist doch jetzt Witwer. Der könnte doch deine Schwester Octavian heiraten, hier die Octavia. Und er so, ja, von mir aus doch. Und der macht so einmal einen Check und sagt dann, ja, Deal, jetzt sind wir wieder versöhnt. Und dann können wir gemeinsam gegen den Pompejus kämpfen. In Alexandria ist Kleopatra gerade auf dem Weg zum Billiardspielen. Das steht wirklich so bei Shakespeare. Da kommt mal wieder ein Bote. Trari, trara, Neuigkeiten aus Rom. Nein, er ist gestorben. Nein, er ist sogar mit Octavian versöhnt. Oh, super. Aber er hat seine Schwester geheiratet. Was? Nein. Aua. Da kann ich doch nix dafür. Boah, der Cäsar war viel nicer. Bevor das wiedervereinigte Triumvirat jetzt aber gegen Pompejus zu Felde zieht, veranstalten sie ein Parley. Das heißt, sie sprechen erst noch mal miteinander. Und der Octavian so, und nimmst du unser Angebot an? Ich kriege Sizilien und Sardinien, sorg dafür, dass die Piraten verschwinden und schicke Weizen nach Rom. Genau so ist es. Ja, aber nur, wenn der Markus Antonius sich bei mir entschuldigt und der ganz Staatsmann, natürlich, voll und ganz entschuldige ich mich. Dann haben wir einen Deal. Und statt zu kämpfen, das machen sie tatsächlich nicht, gehen sie auf die vor Anker liegende Galere von dem Pompejus und machen Party. Und der Markus Antonius erzählt so Geschichten aus Ägypten. Und ein Untergebener sagt, jetzt haben wir sie alle auf der Galere. Wir legen ab und nehmen sie gefangen. Dann bist du der Obermacker von Rom. Mann! So was musst du einfach machen. Das kannst du mir doch nicht sagen. Jetzt muss ich es dir verbieten. Sorry, Meister. Nachdem das erledigt ist, kommt es zum tränenreichen Abschied zwischen Brüderlein und Schwesterlein, nämlich Octavia, die jetzt mit ihrem neuen Gatten nach Athen ziehen soll. Und sie so, ich will aber hier nicht weg. Und er so, hey, ich weiß, dass ich einen ganz schlechten Ruf als Ehemann habe, aber ich werde jetzt echt der beste Ehemann ever sein. Und sie so, schnüff. Während Cleo sie aus der Ferne abcheckt und stalkt, die ist hässlich alt und klein, das ist keine Konkurrenz für mich. Und dann ziehen sie tatsächlich nach Athen. Nein, aber dort ist nicht lange Ruhe. Du, dein Bruder, kämpft schon wieder gegen den Pompejus. Das wäre nicht so schlimm, aber er hat mich auch noch beleidigt. Was? Das kann nicht sein. Ohne Ehre bin ich nix. Deswegen bereite ich jetzt mal einen kleinen Krieg gegen ihn vor. Nein, bitte lasst das. Ich vermittle zwischen euch. Bitte schön. Sie reist ab und als ob es Absicht gewesen wäre, düst er sofort nach Alexandria. Kaum ist sie weg, wo er böse Sachen anstellt. Was Octavian in Rom natürlich sofort erfährt. Na toll, Pompejus ist erledigt. Jetzt krönt er Antonius, seine Cleo, zur unabhängigen Königin von Ägypten und dem ganzen Nahen Osten. Da kommt seine Sis und sagt, hallo, Octavia, was machst du denn hier? Ich will zwischen euch vermitteln, zwischen dir und meinem Mann. Du, da muss ich dich enttäuschen. Der hat dich verraten. Nein, der ist in Athen und wartet auf mich. Leider, nein, der ist bei seiner Ägypterische. Nein! Und bevor Antonius noch Verteidigungsfall sagen kann, ist Octavian auch schon mit seiner Flotte nach Griechenland geschippert, das zu Antonius' Einflussbereich gehört. Und jetzt muss er natürlich einen Kriegsrat abhalten. Was machen wir jetzt? Und die Kleopatra sagt, also wenn es zur Schlacht kommt, zur Seeschlacht vor allem, dann will ich unbedingt mit meinen Schiffen mit dabei sein. Das ist eine richtig doofe Idee. Und überhaupt ist eine Seeschlacht eine Scheißidee, weil wir nur so Scheißschiffe haben, die sind unerfahren und so. Und der so, aber ich will, ich will, ich will eine Seeschlacht. Und damit es fair ist, verbrennen wir die Schiffe, die wir im Meer haben als die. Boah, das ist so cool. Nein, das ist extrem dumm. Damit hat er recht, denn es folgt die verhängnisvolle Seeschlacht von Axiom, wo Kleopatras Schiff, kaum dass es brenzlig wird, abhaut. Und er so, nein, und ihr hinterher und sie verlieren die Schlacht. Nein, das ist so peinlich. Du dumme Kuh, warum bist du abgehauen? Ja, aber ich wusste doch nicht, dass du hinter mir her. Ich liebe dich doch. Und die so, ach, du bist so sweet. Sie versöhnen sich, ich werde mit Octavian verhandeln. Deswegen hat er ihm einen Boten geschickt. Und über Boten lässt er ausrichten, nö, keine Gnade für Verräter. Aber Cleo, wie wäre es denn mit uns beiden? Und die so, ach, das ist aber, grrrr, das war ja nicht so gemeint. Du weißt du was, wir lassen es uns heute nochmal so richtig gut gehen machen. Party und morgen gehen wir mit wehenden Fahnen unter. Und sein alter Kumpel Eno Barbos guckt sich die Situation an und analysiert messerscharf, time to say goodbye. Und dann verkrümelt er sich echt. Es folgt eine Landschlacht, wo die Truppen von Octavian auf die Truppen von Antonius treffen. Und überraschenderweise gewinnen die von Markus Antonius. Und der Octavian so, nein. Und der Eno Barbos so, nein, ich bring mich um. Und er bringt sich um. Und dann aber schlägt der Octavian in einer weiteren Seeschlacht zurück. Bang, aua, nein, nein, die Ägypter fliehen. Cleo, du Schlange, verschwinde oder ich bring dich um. Und sie so, nein, schnell in mein Grab mal. Und aus ihrem hübschen Todesruhesitz schickt sie einen Boten, der sagt, du, die hat sich umgebracht. Ihr letzter Seufzer war Antonius. Was? Dann bring ich mich auch um. Blöderweise versagt sein Diener Eros, den er eigentlich als Suizidhilfe engagiert hatte. Nein, ich kann das nicht. Ich bring mich selber um. Ah! Boah, alles muss man selber machen, ne? Und er stürzt sich in sein Schwert. Aua! Boah, das ist voll schwierig, wenn man keine Ellenbogen hat. Oh nein! Und jetzt ist er nicht richtig tot. Da kommt der nächste Bote und sagt, du, die Cleopatra ist übrigens noch am Leben. Das war nur, weil sie Angst hatte vor dir. Und er so, boah, was geht denn heute noch alles schief? Jetzt bring mich sofort zu ihr. Und er wird zu ihr getragen. Und sie ist im ersten Stock. Das können wir jetzt leider nur andeuten, hier so im Balkon. Und will nicht runterkommen, weil sie Angst hat. Deswegen lässt er sich zu ihr hoch hieven. Es kommt zu einer letzten Versöhnung. Cleo, Anti! Und dann stirbt er. Aua! Auftritt Octavian. So, ich hab schon mal den Laubeerkranz aufgezogen. Mensch, das ist ja schade mit dem Anti. Aber Cleo, ja. Ich bin ein totaler Fan von dir. Für dich wird alles gut. Die wird das Highlight bei meinem Triumphzug in Rom. Das kriegt sie mit. Und im Gegensatz zu Anti hat sie eine tolle Exit-Strategie. Einmal die Giftschlangen, bitte. Sie lässt sich schmerzlos piksen. Oh, oh, das Impfen ist ja gar nicht schlimm. Und dann stirbt sie mit einem Ups auf den Lippen. Octavian kommt zurück, kriegt das mit und sagt, nein! Ende. Fazit. Was Selbstmord betrifft, ist Cleo das Role Model dieses Stückes. Das macht sie sehr elegant. Was Politik betrifft, hat der Streber Octavian die Nase vorn. Aber Markus Antonius, das wollen wir mal nicht vergessen, ist ein Mann von extremen Leidenschaften. Die sind seine Stärke und sein Untergang. Und das, liebe Gemeinde, war Antonius und Cleopatra von William Shakespeare. Vielen Dank.